KORSO. Kunst und Pop. Der KORSO-Podcast. Heute mit KORSO-Redakteur Raphael Smarzoch und Andreas Müller, Wissenschaftsjournalist aus Saarbrücken und Betreiber des Nachrichtenportals grenzwissenschaft-aktuell.de. Und über Grenzwissenschaften sprechen wir heute auch, und zwar über UFOs, die immer wieder am Himmel auftauchen. Unidentifizierbare Flugobjekte sind das. Aus Fotos sehen sie aus wie fliegende Untertasten. Sie widersetzen sich allen Regeln der Aerodynamik und verstören ihre Beobachter zutiefst. Handelt es sich da um außerirdisches Leben, um irgendwelche extraterrestrischen Wesen, die uns Menschen einen Besuch abstatten, oder vielleicht doch nur um streng geheimes Kriegsgerät, das da am Himmel getestet wird. Im Juni dieses Jahres haben die Geheimdienste der USA einen Bericht präsentiert, mit der über 143 ungelöste UFO-Begegnungen verzeichnet. In England und in Frankreich wurden ebenfalls UFO-Sichtungen akribisch dokumentiert. Und in Deutschland? Hier scheint das Thema noch ein wenig stiefmütterlich behandelt zu werden. Warum das so ist, kann mir der Wissenschaftsjournalist Andreas Müller erklären. Doch vorneweg gefragt, Sie beschäftigen sich ja sehr intensiv mit dem Thema. Haben Sie mal selbst ein UFO gesehen? Tatsächlich habe ich schon verschiedene Male Dinge beobachtet, die wahrscheinlich in diese Kategorie fallen würden. Allerdings bleibt da noch relativ viel Spielraum übrig. Das waren Phänomene, die ich mir trotz meiner Beschäftigung mit der Materie, also das heißt, ich kenne viele Dinge, die man als Experte erklären kann, die dem Laien nicht so geläufig sind, was sich an der Luft so bewegt und die ich trotz dieses Hintergrundwissens bis heute mir nicht erklären kann. Kleine grüne Männchen habe ich da allerdings nicht lange noch nicht gesehen. Was hat das mit Ihnen gemacht, als Sie das gesehen haben? Also im ersten Moment war das ein großes Erstaunen. Sie haben es eben ja schon in der Anmoderation gesagt. Man ist da baff, vor allem in dem Moment, wenn man merkt, okay, das passt jetzt tatsächlich in keine Kategorie, die mir trotz der Beschäftigung auch mit IFOs, also mit identifizierbaren Flugobjekten, so geläufig ist. Und dann will man natürlich wissen, was hat man da gesehen? Und das sollte ja auch der Anspruch sein. Also ein Rätsel sollte auch wissenschaftlich erforscht werden. In Amerika, Frankreich und Großbritannien ist die Auseinandersetzung mit UFOs auf staatlicher und militärischer Basis nichts Außergewöhnliches. Es gibt sogar staatliche Einrichtungen, die UFOs erforschen. Und andere Länder wie Spanien oder Schweden, die machen ihre UFO-Untersuchungen sogar öffentlich. Wie ist das denn bei uns in Deutschland? Also tatsächlich, während die USA mittlerweile sogar ja schon auf allerhöchster Ebene um die Einrichtung einer UFO-Behörde diskutiert vor dem Senat, gibt es in Deutschland keine offizielle Einrichtung, die sich mit Untersuchungen dieser Art beschäftigt. Nichtsdestotrotz, das zeigen die Akten, die ich in meinem Buch zusammengetragen habe, gibt es und gab es natürlich dieses Interesse. Denn UFOs werden ja auch in Deutschland gesichtet. Und tatsächlich, das zeige ich in kleinen Zwischenkapiteln, das auch von offizieller Seite. Jetzt liegen diese Akten nicht gesammelt vor an einer Einrichtung. Und auch die Bundeswehr sagt, wir betreiben keine gezielte UFO-Taskforce, wie das die USA zum Beispiel mittlerweile hat. Einfach aus dem Grund heraus, dass der politische Auftrag dazu noch nicht erteilt wurde. Wie gesagt, ich zeige aber, dass es immer wieder Einrichtungen auch in Deutschland gab, verschiedene Ministerien bis hin zur Bundeswehr und Geheimdienste, die sich aber eben dennoch mit diesen Sichtungen beschäftigt haben und teilweise da auch spannende Dinge zusammengetragen haben. Aber nicht so mit dieser breiten Wirkung wie in den USA. Also wie erklären Sie sich denn diese deutsche Zurückhaltung? Ist das Thema vielleicht auch hierzulande nach wie vor mit einem Stigma besetzt? Das auf jeden Fall. Interessanterweise war es ja der US-Geheimdienstbericht selbst, der diese Stigmatisierung, die wir ja auch leider auch in den öffentlichen Medien über Jahrzehnte lang beobachtet haben, wenn über UFO-Sichtungen auch von offizieller Seite immer mit so einem leichten Kicherfaktor berichtet wurde. Der Bericht kritisiert eben genau das, dass man eben lange Zeit darüber nicht frei sprechen konnte, ohne eine Radikulisierung zu befürchten und dass man deswegen jetzt an einem Punkt angelangt ist, an dem man nochmal sozusagen von vorne anfangen muss. In Deutschland sind wir da noch nicht so weit. Kürzlich wurde in den USA auf allerhöchster Ebene über das Thema gesellschaftlich wie politisch gesprochen bei einer Forumsdiskussion in der Washington National Cathedral. Das ist also ein Nationalheiligtum sozusagen in den USA. Und da sprach nicht nur der NASA-Chef Bill Nelson, sondern auch die Geheimdienstchefin. Es sprach Jeff Bezos. Es sprach Avi Loeb, der Astronomie-Professor von der Harvard University. Und die haben sich alle sehr offen über die UFO-Frage geäußert und sogar ohne Not die Idee diskutiert, ob das dann vielleicht auch außerirdische Technologien sein könnten. Das fehlt in Deutschland leider. Dann versuchen wir nochmal, diese Stigmatisierung so ein wenig aufzulösen. Warum ist es denn wichtig, sich mit UFOs zu beschäftigen? Was lernt man von einer Beschäftigung mit UFOs? Nun, zum einen ist es so, dass UFOs, was auch immer sie sein könnten, immer schon beobachtet wurden. Also die älteste UFO-Akte, die ich jetzt in meinem Buch vorstelle, die ist von 1826. Die lief natürlich nicht unter dem Begriff UFO, aber sie schildert das, was wir heute UFO-Phänomene nennen würden. Selbst Goethe hat ja auch UFOs gesehen, nicht wahr? Ja, also das stelle ich ja so ein bisschen in Frage. Er hat aber etwas gesehen, was durchaus heutzutage in diesen Kanon passen würde. Also was ich meine, Menschen sehen schon und haben schon immer Dinge gesehen, die sie sich am Himmel nicht erklären konnten. Teilweise wurden diese Dinge auch in Deutschland, zum Teil zum Beispiel Werner Utter, das war der erste Chefpilot der deutschen Lufthansa, Pilot von mehreren Bundespräsidenten. Der hat während seiner Flüge sehr viele UFOs gesehen, die teilweise aufgezeichnet. Also auch auf höchster Ebene werden Dinge am Himmel beobachtet, die wir einfach nicht erklären können. Und angefangen davon, dass die Menschen gerne eine Erklärung dafür hätten, was sie da sehen. Bis hin natürlich auch zur Frage nach einer Flugsicherheit, die sich ja auch stellt, wenn wir akzeptieren, dass da Dinge am Himmel fliegen, die wir nicht kennen und deren Herkunft wir nicht kennen. Bis hin natürlich zu der wissenschaftlichen Frage. Ich habe es eben erwähnt, in den USA wird das an der Harvard-Universität offen diskutiert, dass wir hier vielleicht sogar außerirdische Technologien beobachten. Das wäre ja ganz erstaunlich und faszinierend, wenn wir uns aus wissenschaftlicher Sicht so eine Möglichkeit entgehen lassen, nur weil wir das Thema mit einem kleinen grünen Männchen und fliegenden Untertassen-Tabu belegen. Da begeben wir uns ja in Deutschland tatsächlich. Ich habe ja auch die Frage an Forschungseinrichtungen gestellt, das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt oder die Max-Planck-Institute, die hierzu sagen, sie sehen da keinen Forschungsbedarf. Wir begeben uns da nicht nur politisch und geheimdienstlich, wie ich anhand der Aktenlage zeige, sondern auch wissenschaftlich und gesellschaftlich in eine Isolation, die gar nicht sein müsste. Es ist ja so, Sie sprachen gerade, als ich den Fall Goethe aufführte, von so etwas wie einem Beobachtungskanon. Wenn man sich so die Sichtungen so über die Jahre hinweg anschaut, die Sie auch in Ihrem Buch dokumentieren, gibt es so etwas wie eine Typologie der UFO-Erscheinung, also in anderen Worten existieren, so Merkmale, die sich immer wieder wiederholen? Also tatsächlich kann man sehen, wenn man sehr, sehr alte Schilderungen, teilweise, die sich schon in Märchen und Legenden rund und im Globus finden, Da gibt es zum Beispiel bei den nordamerikanischen Ureinwohnern eine ganze Reihe von alten Legenden. Da tauchen Muscheln oder Körbe am Himmel auf, die sich dann öffnen und da, wo dann teilweise auch Wesen dann heraussteigen. Wenn man sich das anhört oder liest und nicht weiß, dass wir hier alte Indianer-Legenden lesen, dann liegt natürlich die Assoziation zu der fliegenden Untertasse, die wir heute so mit UFOs allgemein assoziieren natürlich sehr nah. Und da ist das natürlich auch aus wissenschaftlicher Sicht ganz spannend, dass diese Formen und diese Eigenschaften, die diesen Objekten zugeschrieben werden, keine Erscheinung unserer mediengeprägten Zeit sind, sondern schon Jahrhunderte und vielleicht sogar noch viel, viel älter. Also eine gewisse Typologie kann man da schon aufmachen. Auch die Videos, die wir jetzt, die die meisten kennen, die von den Navy-Piloten gefilmt wurden, zeigen ja auch Objekte, die sich von dieser Form, man spricht da jetzt teilweise von einer Tic-Tac-Form, die der eine Pilot aufgezeichnet hat, sich dann doch nicht so unterscheiden. UFOs haben ja auch eine, oder spielen ja auch immer wieder eine prominente Rolle in der Popkultur. Also ich muss zum Beispiel an die Serie Akte X denken. Man stößt aber auch immer wieder in Zusammenhang mit den Nazis auf UFOs, also so auf diese Flugscheiben, die die Nazis angeblich in den 1940er-Jahren gebaut und getestet haben sollen. Wie steht es um die Seriosität solcher Erzählungen, die auch in der Popkultur immer wieder Eingang finden? Ja, also man kennt das ja vor allem aus Iron Sky. Genau. Es gibt ja mittlerweile mehrere Teile davon, die das Ganze auch sehr humorvoll und wie ich finde ganz clever umsetzen. Tatsächlich ist das ein Mythos, der schon seit kurz nach dem Krieg existiert. Bei meiner Suche in verschiedensten Archiven und nach Akten, die das in irgendeiner Form überprüfbar und sauber belegen könnten, bin ich da auf keinerlei solche Beweise gestoßen. Also selbst jene Wissenschaftler aus der Nazi-Zeit, die es dann wirklich hätten wissen müssen, am allerbekanntesten wäre da jetzt Werner von Braun, der ja später auch zum Vater des amerikanischen Raumfahrtprogramms wurde. Die wurden alle darauf angesprochen und konnten diesen Berichten, konnten diesen in keiner Weise bestätigen, haben sich teilweise selbst dahingehend geäußert, dass sie glauben, dass UFOs außerirdischer Herkunft sind. Und das war ja dann nachher, nach dem Krieg wäre das, wenn sie da andere Informationen gehabt hätten, gar nicht notwendig gewesen, da selbst über Außerirdische zu forschen. Es war dann tatsächlich so, die Amerikaner waren natürlich daran interessiert, an Geheimwaffen, die unter den Nazis entwickelt wurden, aber es gibt keine belastbaren Akten, die die Entwicklung von irgendwelchen Flugscheiben belegen. Es gibt dann eine Entwicklung, die wohl irgendwie weitergeführt wurde und die sich angeblich nachher in einem kanadisch-amerikanischen Projekt, dem sogenannten Avrocar, wiedergefunden haben. Aber letztendlich ist das Avrocar nichts anderes als ein Luftkissenfahrzeug ohne Luftkissen und ging auch nie über den Experimentalflug hinaus und könnte auch in seiner Gesamtheit, könnte auch diese Idee, dass UFOs jetzt irgendwelche Nazi-Flugscheiben sind, deckt einfach nicht das gesamte, vor allem nicht das historische Spektrum des UFO-Phänomens ab und dient damit meiner Meinung nach nicht als Erklärung für irgendetwas. Verstehe. Herr Müller, verraten Sie mir noch zum Abschluss unseres Gesprächs eine Sache. Wo meldet man denn eigentlich ein UFO, wenn man eins zu sehen glaubt? Nun, in Deutschland gibt es verschiedenste Forschungsvereinigungen, die sich mit der Thematik beschäftigen. Am bekanntesten ist da sicherlich die GEP. Das ist allerdings keine staatliche Einrichtung. Das wäre, denke ich mal, der erste Ansatz. Viele Leute melden UFOs, auch der Polizei, wo ich mich dann aber immer frage, was erhofft man sich sozusagen von einer UFO-Sichtungsmeldung an die Polizei? Denn die Beamten können ja vor Ort da auch nur bedingt behilflich sein. Das zeige ich ja auch in meinem Buch. Aber tatsächlich, da wir bislang noch keine UFO-Forschungseinrichtungen haben, würde man das an so einen Forschungsverein melden. Es gibt in Deutschland einen einzigen Professor, der das auch ganz offiziell UFO-Forschung betreibt. Das ist der Professor Hakan Kajal an der Universität Würzburg. Aber der betreibt jetzt keine UFO-Meldestelle. Das war der Corsa-Podcast mit Corsa-Redakteur Raphael Smarzoch. Wir sprachen heute mit dem Wissenschaftsjournalisten Andreas Müller, der ein Buch über UFOs geschrieben hat, speziell aus deutscher Perspektive. Es heißt Deutschlands UFO-Akten über den politischen Umgang mit dem UFO-Phänomen in Deutschland, mit Betrachtungen auch zu Österreich und der Schweiz. Sie können uns überall dort hören, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Spotify oder in unserer kostenlosen DLF-Audiothek-App, aber auch ganz klassisch auf unserer Homepage deutschlandfunk.de slash corso. Machen Sie es gut. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020